Der 19-jährige Brandstift Ostfell hatte Ende August und Anfang September ja insgesamt drei Staaten angekündigt. Sein Motiv massive familiäre Probleme. Und weil er bei seiner Einvernahme gelogen hat, hat er bei Moldawien im Gefängnis. Der Mann gibt ihm weinen, dass er einen nahestehenden verdächtigen Einbrecher schlicht nicht kenne. Gestern hat er die Lüge beim Prozess in Wiesboden auf Gericht gestanden. Er muss jetzt vier Monate hinterlegt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017